Das Multicare System ist ein modulares und flexibles Transportsystem. Mit Hilfe von Wegen können Sie Produkte durch Ihre gesamte Anlage transportieren. Diese Wegen werden mit Hilfe von Linearmotoren angesteuert. Die Strecke ist frei konfigurierbar. Sie können die Wegen einzeln, in Gruppen oder synchron zu einem Prozess verfahren. Ein weiteres Highlight ist, dass diese Wegen von einem herkömmlichen Förderband auf das Linearmotorsystem einfahren können und diese Linearmotorstrecke am Ende wieder verlassen können. Das bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie nur an den Stellen eine Linearmotorstrecke benötigen, an dem es der Prozess benötigt. Das spart Ihnen natürlich Kosten. Aus Sicht von Siemens bietet das Multicarrier System drei wesentliche Aspekte. Erstens die flexible Systemintegration und diese sowohl mechanisch wie elektrisch. Das heißt, an einem Synamics S120-Achsverband können sowohl das Multicarrier System und auch weitere Achsen flexibel in das System integriert werden. Zweitens die mehrdimensionale Softwarearchitektur. Sie ermöglicht dem Anwender eine effiziente Inbetriebnahme und dabei gleichzeitig sämtliche technologische Freiheitsgrade einer C-Motion in vollem Umfang zu nutzen. Und drittens stellt der Einsatz von gewährter Hardware eine weltweite Verfügbarkeit und Service sicher.